Leute, extrem wichtiges Update zum aktuellen Bitcoin Pump & Dump und was soll ich dazu noch sagen? Vor exakt 3 Tagen stellen wir folgende Analyse auf. Vorsicht, sie kriegen dich. Fake Out, Deviation voraus und die Analyse trifft genau ins Schwarze. Die Market Maker treiben den Kurs gestern noch einmal kurzzeitig hoch bis zur Liqui Marke 31.500 US-Dollar, ehe es dann zum scharfen Abverkauf kommt. Müssen wir uns jetzt auf einen weiteren scharfen Abverkauf einstellen? Erst einmal bis 29.500 US-Dollar. Respektive 28.000 US-Dollar. Darüber werden wir detailliert im heutigen Update-Video sprechen. Sämtliche wichtigen Preislevel, sämtliche wichtigen Liquidation Level und natürlich meinen weiteren Trading-Fahrplan hier für Bitcoin als auch Ethereum bekommst du an die Hand. Mit diesem Abverkauf wird unser Trade, unsere Trade-Idee auch vorgestellt. Vor zwei Tagen in GRT getriggert. Wir stehen aktuell hier in the Profits. Wie geht es damit weiter? Und last but not least, Leute, müssen wir uns heute auf den NFP Friday einstellen. Die neuen Arbeitsmarktzeilen aus den USA werden veröffentlichen. All das im heutigen Update-Video. Falls dir gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls du komplett neu hier bist, lass gerne das kostenlose Abo da. Aktiviere die Glocke, stell sie auf alle und starte jeden Tag bestens vorbereitet mit uns in den Trading-Tag und lerne jede Menge rund um das Thema Crypto und Trading dazu. Und wir legen direkt los mit der Analyse. Let's go! Starten wir direkt rein mit Bitcoin in der 4-Stunden-Chart. Und die gesamte Woche sprechen wir bereits über die markante Range hier in Bitcoin zwischen dem Preislevel 29.500 US-Dollar respektive 31.400 US-Dollar. Nach dem letzten markanten Anstieg von Bitcoin verfällt dieser erst einmal in eine Seitwärtsphase. Und wir wissen bzw. sollten wissen, was während so einer Seitwärtsphase passiert. In diesem Fall, wenn sich eine Range bildet, lassen die Market Maker Liquidität knapp überhalb der letzten Hochs respektive unterhalb der letzten Lows aufbauen. In Form von Long- und Short-Positionen, die die jeweiligen Marktteilnehmer entweder Liquidation-Level hier oben drauf haben, also zwangsliquidiert werden, oder ihre Stop-Loss-Level exakt knapp unterhalb dieser Highs und Lows gesetzt haben. Wir haben die Erwartungshaltung aufgestellt. Okay, wir sehen diese Woche höchstwahrscheinlich ein Liquidation-Stop-Loss-Hunting. Ich gehe davon aus, dass wir kurz eine Deviation sehen, kurz reinstechen in diese Liquid-Level und dann erst einmal rejected werden. Wieso, weshalb, warum? Da haben wir natürlich uns zu Hilfe genommen, erst einmal unsere Liquidation-Heatmap. Klar kommuniziert diese Heatmap Anfang der Woche. Wir haben die meiste Liquidität über uns aktuell liegen. 31.500 US-Dollar hoch bis 31.800 US-Dollar. Und ihr seht es, Leute, was ist jetzt passiert? Der Markt hat gestern noch einmal kurzzeitig Schwung aufgenommen. Die Market-Maker drücken den Markt exakt bis in dieses Preis-Level 31.500 US-Dollar. Die Liquidität wird abgegriffen und der Markt dumpt erst einmal. Das sehen wir wunderschön in folgender Liquidation-Map. Dass hier der Markt in diese Liquid-Level reingestochen ist. Je gelber der Bereich, desto mehr Liquidität Geld liegt da zum Abgreifen. Der Markt sticht hier kurz rein, greift Liquidität ab und geht runter. Jetzt kommt das Aber, Leute. Wir sehen, dass wir weiterhin nicht die gesamte Liquidität abgegriffen haben. Hoch bis 31.800 US-Dollar. Von daher liegt in diesen Regionen noch markante Liquidität. Und deshalb lasst uns jetzt die nächste Analyse fahren. Wie geht es weiter hier in Bitcoin? Schauen wir uns dafür erst einmal die markanten neuen Preis-Level an, die wir jetzt gebildet haben. Und wir haben tatsächlich ein neues Jahreshoch ausgebaut hier in Bitcoin bei 31.500 US-Dollar. Unser lokales Tief ist weiterhin das bei 29.500 US-Dollar. Damit, mit diesem starken Anstieg, unserer starken Rejection, haben wir doch erst einmal einen neuen Wig gebildet, Leute. Und dieser Wig wird in der Regel früher oder später gefüllt, denn hier liegt ebenfalls Liquidität. Genauso wie wir hier in der jüngsten Vergangenheit folgenden Wig gebildet haben, der Markt hochgezogen ist, wird dieser früher oder später in der Regel gefüllt. Mindestens erst einmal zu 50%, wenn nicht sogar zu 100%. Und was haben wir jetzt mit folgendem Wig hier erst einmal gemacht? Ihr seht, wir haben diesen zu 50% gefüllt. Die 100% Korrektur dieses Wigs steht noch aus. Das heißt, nicht verwerflich, dass der Markt noch einmal hier runterzieht und diesen Wig füllt. Plus, genau diese Erwartungshaltung hatten wir ja zu Beginn der Woche aufgestellt, dass der Markt hier in dieser Range noch nicht fertig ist. Beziehungsweise Market Maker, dass wir mit einer Deviation nach oben rechnen und dann genauso noch einmal sämtliche Marktteilnehmer, sorry, hier nach unten hin liquidiert werden können. Von daher, aus Wigs Sicht ist es definitiv nicht verwerflich. Und natürlich haben wir dann die Möglichkeit, hier neue Kraft zu schöpfen, neue Liquidität zu gewinnen, um dann auch in diesen U-Turn einzusteigen und dann hier diesen Wig zu füllen. 50% respektive 100%. Schauen wir uns das jetzt aber kurz einmal nochmal aus Liquidation Heatweb Sicht an, denn wir haben soweit erst einmal Liquidität nach oben. Ja, das ist bei knapp 31.800 US-Dollar stoppend. Wir haben in der 7-Tages-Chart soweit erst einmal ein bisschen Liquidität noch unter uns, ein bisschen Liquidität über uns dazu gewonnen. Meiste Liquidität, wie gesagt, knapp überhalb des letzten Hochs bei 31.500 US-Dollar hier aus der 7-Tages-Chart. Doch jetzt, hier aus der 12-Stunden-Chart, hatten wir zuletzt noch einmal neue Liquidität da hinzubekommen. In den Regionen von knapp, wo wir jetzt hingestartet sind, 30.000 US-Dollar. Ihr seht, der Markt ist hier reingestochen, knapp darüber 30.200 US-Dollar und hat diese Liquidität abgegriffen. Neue Liquidität, 30.400 US-Dollar. Und, worauf ich hinweisen möchte, Leute, ist folgende Map. In diesem Fall sehen wir hier unten immer das Liquidation Level Delta. Was heißt das? Wir sehen, welche Marktteilnehmer aktuell die größere Marktkraft haben, beziehungsweise wer mehr Long-Positionen offen hat, in grün, beziehungsweise Short-Positionen offen hat, in rot. Und immer wenn wir sowas sehen, Leute, sollten wir erst einmal cautious sein. Die Masse der Marktteilnehmer ist soweit erst einmal Short. Was ist ebenfalls die Masse der Marktteilnehmer in der Regel? Liegt falsch. Von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir noch einmal einen weiteren Short-Squeeze jetzt kurzzeitig reinbekommen. Würde tatsächlich auch sehr, sehr gut mit diesem Liquidation Level hier bei knapp unter 30.500 US-Dollar zusammenpassen. Das heißt, dass wir noch eine kurzzeitige Erholung sehen, bis in diese Region dann in der Mitte der Range wieder ankommen und erst einmal rejected werden. Schauen wir uns das einmal kurz aus SMA-Sicht an. Würde da irgendwas Sinn ergeben in diesem Fall? Wir haben den 100er SMA hier knapp über uns. Erst einmal einen Widerstand zu bewerten. Und wir hatten es eben kurz eingeblendet. Den 20er und 50er SMA hier in der 4-Stunden-Start exakt an diesem Preislevel 30.585 US-Dollar. Von daher meine Erwartungshaltung, Leute. Wir sehen einen kurzen Anstieg. Der Markt wird in diesem Fall rejected. Füllt hier diesen Wig zu 100% und dann müssen wir mal schauen, wie letzten Endes die Market Maker hier unten reagieren. Wird es genauso kurz ein Liquidation Hunt bzw. Stop-Loss Hunt, der Markt sticht kurz rein und wird wieder rejected. In diesem Fall, wir kommen kurz runter, stechen kurz rein und kommen wieder in die Range. Dann gehe ich stark davon aus, dass wir tatsächlich wieder in diese Region vorstechen. Nächstesotrotz sollte der Markt jetzt einen markanten Kerzenschluss unterhalb dieser Range hinlegen. 29.500 US-Dollar in der 4-Stunden-Start. Also ein Kerzenschluss. 4-Stunden-Kerzenschluss hier drunter. Dann macht euch darauf bereit. Hatten wir ebenfalls schon in der jüngsten Vergangenheit darüber gesprochen. Dass wir noch einmal ein bisschen stärker abverkauft werden und bis in die Regionen von unserem nächsten kurzfristigen Trading Level hochstechen. Auch gestern noch in dem Update Video darüber gesprochen. 28.120 US-Dollar runter bis 27.000 US-Dollar. Hier rechne ich dann erst einmal spätestens mit einem kurzfristigen Bounce, den wir letzten Endes trade-technisch mitnehmen können. Übergeordnet. Ganz klare Ansage. Wir verfolgen weiterhin unseren mittelfristigen bullischen Fahrplan. Hier in hellgrün dargestellt mit seinen Ziellevel 35.300 US-Dollar hoch bis 39.100 US-Dollar. Und in diesem Fall haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wenn der Markt noch weiter korrigieren sollte, das Level in dunkelblau, was ich gerade durchgegeben habe, ist soweit erst einmal nur ein kurzfristiges Trading Level. Sollte der Markt noch weiter korrigieren, müssen wir natürlich analysieren. Der Markt lebt, ist dynamisch. Können wir jetzt mit 100%iger Sicherheit noch nichts sagen. Gibt es sowieso nicht diese 100%ige Sicherheit. Es geht um Wahrscheinlichkeiten, hier letzten Endes diese auf seine Seite zu erhöhen und in der Regel erst einmal antizyklisch zu agieren, beziehungsweise auch anders als die Masse. So machen wir das hier exakt mit dem SK-System. Und dieses Level auch gestern bereits durchgegeben. Ein neuer langfristiger Einstieg. Soweit kommt es noch einmal zu einer größeren Korrektur. Sehe ich bei 25.500 US-Dollar runter bis 23.500 US-Dollar. Ein weiteres wichtiges Thema, worüber wir immer wieder sprechen, Leute, ist folgendes. Zeig mir den Chart und ich sage dir die News. In diesem Fall sollte jedem erst einmal bewusst sein, gewisse Marktteilnehmer haben mehr Informationen als der kleine Moritz, wie er hier sitzt, beziehungsweise wie du da sitzt. Denn es gibt immer Insider und von daher sind gewisse News-Ereignisse, die jetzt erst rauskommen, schon bereits eingepreist von diesen Marktteilnehmern. Und genauso war es gestern. Wir hatten darüber spekuliert, aus charttechnischer Sicht, aus Liquiditätssicht, dass es zu diesem Pump kommt und dann letzten Endes zum Dump. Was hat da ebenfalls zugeführt, beziehungsweise was war der Katalysator, der letzten Endes dann diese Kraft ausgelöst hat? Hier nämlich die gestrigen ADP-Beschäftigungsänderungsdaten. Und die sind viel, viel stärker ausgefallen als prognostiziert. Vorherig lagen die bei 267.000 neue Einstellungen. Prognostiziert war ein Rückgang. Also soweit erst einmal genau das, was die Federal Reserve vorhat, mit diesen Zinserhöhungen den Arbeitsmarkt abzukühlen. Nichtsdestotrotz, ihr seht, die aktuelle Zahl ist mehr als doppelt so groß wie die Prognose. Eine wirkliche Überraschung hier für die Marktteilnehmer. Und immer wenn das der Fall ist, Leute, dann nimmt erst einmal die Stärke des US-Dollars zu. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine weitere Zinserhöhung sehen werden in 19 Tagen, hier am 26. Juli 2023. Soweit erst einmal die Masse geht davon aus, dass wir eine neue Zinserhöhung sehen werden nach einem kurzzeitigen Stopp. 89% sagen, wir sehen als nächstes die Zinsrate von 5,25% hoch bis 5,5%. Und das wurde ebenfalls gestern hier damit eingepreist. Und ganz wichtig, Leute, ein weiteres Newsereignis, was heute vor der Tür steht, der NFP Friday. Jeder erste Freitag im Monat ist soweit erst einmal die Veröffentlichung der neuen Arbeitsmarktzahlen der USA. Und hier kommt es wirklich heute wieder darauf an, Leute, denn der ADB-Beschäftigungsänderungsbericht hat soweit erst einmal gezeigt, okay, der Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr, sehr robust, sehr, sehr stabil. Wie sieht es denn jetzt mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht aus? Sehen wir, wie hier vorherig 339.000, eine Prognose von 225.000, also eine Abkühlung. Sollte es dazu kommen, positiv zu bewerten, könnte erst einmal ein Katalysator für einen leichten Anstieg sein. Nichtsdestotrotz sollten wir genauso etwas wie gestern reinbekommen, Leute, dann macht euch auf einen weiteren Dump in diese besagten Region von Bitcoin hier unten erst einmal bereit. Und ich hoffe, dass ich letztendlich gegen 14.30 Uhr das Ganze gemeinsam mit euch streamen kann. Ich habe einen Termin bis 14 Uhr, bin außer Haus. Ich hoffe, der geht nicht so lange, dass ich dann rechtzeitig da bin, für dieses Newsereignis gemeinsam das mal wieder mit euch zu streamen. Dann können wir natürlich auch jede Menge Altcoins mal wieder durchgehen. Nichtsdestotrotz, ich werde euch noch darüber informieren. Falls du darüber informiert werden möchtest, Bescheid wissen möchtest, jederzeit auch zwischen den Update-Videos Up-to-Date sein möchtest, dann komm gerne in unsere offizielle Telegram-Gruppe zum Austausch. Und natürlich bekommst du da auch jeden Tag die wichtigsten Liquidation-Level durchgegeben. Alles, was zwischen diesen Charts und zwischen diesen Videos passiert, bist du jederzeit Up-to-Date. Bevor wir jetzt gleich weitermachen mit unserem aktuell laufenden Trade, GRT, The Graph, aktuell mit 9% in The Profits. Schauen wir einmal noch mal kurz auf Ethereum, denn hier könnte tatsächlich auch der nächste Trade-Trigger kurz bevorstehen. Wir hatten das Ding analysiert, läuft ebenfalls wunderschön in seinen bullischen hellgrünen Strukturen. Letztes Einkaufslevel 1.625 US-Dollar, 66,7er aus dem Fibonacci Retracement Level nach SK-System. Wunderschöne Reaktion bekommen und klar durchgegeben, nach diesem Impuls haben wir die Möglichkeit, diese Strecke erneut wieder zu korrigieren. Und wenn das der Fall ist, natürlich uns Long-Trade-Technisch kurzfristig erneut zu positionieren. Und wir stehen kurz davor, Leute, kurz vor diesem Trigger. Das ist das markante Level, was ich identifiziert habe. Die Range 1.801 US-Dollar runter bis 1.743 US-Dollar mit wunderschöner Überschneidung des übergeordneten Kauflevels hier in hellgrün bei 1.756 US-Dollar. Von daher, die größte Wahrscheinlichkeit, wenn der Markt bis hierhin kommt, dass er an diesem Level dann dreht. Und von daher, wenn da die höchste Wahrscheinlichkeit liegt, dann ist das für mich das interessanteste Trading-Level hier in Ethereum. Und das ist auch mein nächster Trade-Einstieg. Ganz wichtig, Leute, keine Anlageempfehlung, meine persönliche Trade-Idee, Trade-Erfahrung und das, was das SK-System mir hergibt. Ich kann immer nur davon sprechen, was ich mache. Ich werde mich hier kurzfristig mit einer Long Order an der Marke 1.760 US-Dollar positionieren in der Erwartungshaltung, dass wir hier dann erst einmal einen Bounce wieder reinbekommen. Schauen wir uns das auch nochmal natürlich kurz aus Liquiditätssicht an. Hier kurz einmal auch das Liquidation Delta angeschaut. Schaut es euch an, wie viele Markteilnehmer jetzt aktuell Short sind. Sollte man immer cautious sein, denn es kann jederzeit zu einem Short Squeeze kommen, zu einer leichten Erholung. So, dass hier erst einmal die Marktteilnehmer rausgekegelt werden. Gucken wir uns das hier aus der 7-Tages-Chart an. So haben wir aus Liquidation-Sicht die meiste Liquidität knapp unter 2.000 US-Dollar hier in Ethereum liegen. Springen wir kurz in den Ethereum-Chart. So ist es hier knapp unterhalb des letzten lokalen Hochs. Von daher höchst interessant, dass der Markt vielleicht noch einmal kurz hier runter dippert. Abhängig natürlich auch von den News-Ereignisse heute. Und sollte es dazu kommen, dann gehe ich hier erst einmal long und rechne dann mit dem Abgriff dieser Liquidität über uns. Schauen wir uns das in den kurzfristigen Timeframes noch einmal in 12-Stunden-Chart. So kann es tatsächlich auch dazu kommen, dass wir gar nicht mehr darunter dippern, sondern hier kurzzeitig erst einmal eine leichte Erholungsphase sehen. So, und zum Abschluss jetzt ein kurzes Trade-Update zu unserem laufenden Trade GRT The Graph. Diese Trade-Idee habe ich mit euch geteilt hier vor zwei Tagen. Von daher, falls ihr auf der Suche bist nach jedem Tag brandaktueller Analysen und jede Menge Trade-Ideen, dann lasst jetzt gerne das kostenlose Abo da und werdet Teil dieser geilen Community. Schauen wir uns mal an, was passiert ist. Nichts weiter verändert an diesem Chart. Das war die Prognose. Wir werden noch einmal kurzzeitig abverkauft. Kommen damit in unseren neuen Wendebereich, Kaufbereich. Wieso ist der so interessant? Kurz einmal zur Herleitung. Wir haben von dem lokalen Tief hier in GRT The Graph bei knapp 8,8 Cent. Soweit erst einmal einen schönen Impuls gesehen. Danach eine Korrektur, einen weiteren Impuls und damit diese Sequenz erst einmal aktiviert. Hier in hellgrün und die Ziellevel soweit bestätigt. 14,1 Cent hoch bis 15,1 Cent. Wie das Ganze funktioniert ist folgendermaßen. Wenn der Markt dann von unten in seine Ziellevel rein sticht, ist das ein markantes Take-Profit-Szenario hier für diesen Chart. Wir gehen davon aus, dass Profit-Taking in diesem Bereich stattfindet. Also die Long-Positionen, die Bullen, Profite erst einmal sichern und wir mit einer Rejection rechnen können. Und wenn es dann zur größeren Korrektur kommt, ganz klar nach System einen Wiedereinstieg hier in diesem Chart kurzfristig als Trade finden können. Und das ist das sogenannte Gesamtkorrektur-Level. Also die gesamte Strecke von 0 bis zu unserem Zielpunkt C ist zu 50 bis 66,7% korrigiert in dem grünen Level hier. Und das sind letzten Endes genau die Trading-Level, die wir nutzen wollen. Ich blende es kurz noch einmal ein. Ich habe mich positioniert an der Marke 11,63 Cent, um genau zu sein. Wir sehen es mit dieser Korrektur in Bitcoin. Kommt der Markt auch hier, The Graph GLT, exakt in diesem Bereich, sticht kurz rein. Und das Ganze wird dann natürlich auch hier via Bing X wahrgenommen. Auch das Ganze via Copy Trading. Sowohl Bing X Standard Futures als auch letzten Endes hier via Bing X Perpetual Futures. Laufen diese Trades gerade aktuell. Falls du das ebenfalls mit wahrnehmen möchtest, schau gerne ebenfalls unterhalb des Videos in der Videobeschreibung nach dem Link zu Bing X. Vollkommen kostenlose Registrierung möglich ohne KYC und staube dann auch noch extra Boni bis zu 150 US-Dollar ab. Und kannst mir natürlich auch hier beim Copy Trading followen. Wie geht es jetzt weiter hier in GLT? Kurz zum Trade Management. Wir haben bereits das Level erreicht, was ich brauchte, um meinen Trade auf Break-Even zu ziehen. Das heißt, ich habe den doppelten meines Stop-Loss-Wertes bereits erreicht. Immer wenn das der Fall ist, knapp 3% Stop-Loss gegangen. Hier bei 6% erreicht. Dann ziehe ich meinen Trade auf Break-Even. Was heißt das also? Den Stop-Loss, den ich hier unten sitzen hatte, habe ich jetzt bereits auf meinen Einstiegspreis gesetzt. So, dass ich letzten Endes risikofreier Markt bin. Das ist das Schönste, Leute. Das ist das Entspannste. Denn jetzt kannst du dich zurücklehnen und einfach die Show genießen. Risk-Free. Trade und Risikomanagement, das A und O, um letzten Endes profitabel an den Märkten zu handeln. Das respektieren die wenigsten. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben eine markante Profitmarke bei knapp 9% nach Regelwerk. Aber zeitgleich auch dann sehr, sehr nah am entgegengesetzten Korrekturlevel dieses Abverkaufes. Und das ist mein erstes Take-Profit-Szenario, was ich selber nutze und für euch parat habe, Leute. Also die 50%-Marke hier angegeben. Bei 12,85 Cent werde ich erste Teilprofite sichern. Die nächste Profitmarke ist dann die 100%-Korrekturmarke 14,38 Cent und danach weiterlaufen lassen. Erst einmal to be defined. Das nächste Profit-Target dann erst einmal soweit die Trade-Idee und das Trade-Update hierzu. Falls Fragen da sind, Leute, steuert sie gerne in die Kommentare an oder kommt einfach in die Telegram-Gruppe. Tauscht euch mit uns gemeinsam aus, mit der Community. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich hoffe, dass ich dir den Mehrwert heute wieder liefern konnte. Falls eben so der Fall ist, würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen. Falls wir neue bis auf der Crypto Wall Street, gerne das kostenlose Abo dalassen. Jeden Tag bestens informiert sein, rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und natürlich Teil dieser Geine Community werden. Und jetzt wünsche ich euch einen erfolgreichen Freitag, Leute. Wie gesagt, ich werde euch updaten, ob ich gleich oder später gegen 14, 15 live gehen kann. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.